Du musst einfach nicht ausmachen, nicht wahr? Geh, Ridd. Ridd, warum nicht du nicht noch einen Schritt nehmen willst? Ridd, komm jetzt! Du weißt, du wirst jetzt nicht ausmachen. Ja komm, mach das! Mach das Licht aus! Geht nicht, siehste? Stopp da! Ich meine es! Nein, du gehst nicht so schnell! Wenn die sagt, keinen Schritt weiter musst du anhalten und mit der Sprechen! Du kannst nicht so schnell gehen, nicht wahr? Lass sie gehen, Brenda! So, jetzt aber! Aber für dich? Also, in dem Fall eher für dich, weil... Wenn ich nichts sage, kannst du weiter gehen! Ah, bin nicht mehr rüber! So, jetzt musst du mir gleich sprechen! Immer 4, ey! Mal wie du magst! Okay, jetzt kannst du dir noch ein Stück nach vorne... ...dann die Sprechen, die zu brechen, sofort stehen bleiben! Wie hast dich du da? Und du spinnst dies! Ich glaube immer noch, dass da ein Bug ist! Ich glaub immer noch, dass da ein Bug ist! Ja... Ah, find ich witzig! Ich will dich nicht töten! Ich will dich nicht töten, bitte! Scheiße! Du hast keine Art! Ja... Ich will dich nicht töten! ...dass es war scheiße... Alter, lese doch wenigstens vorher kurz dir antworten! Ich hab überlegt! Du kannst ein anderes Mal raufgehen, mein Freund. Du kannst es dir ganz vorne machen, er geht automatisch ganz langsam. Stopp da, Daniel! Das ist wieder ein epileptischer Klicks! Das ist wieder ein epileptischer Klicks! Das wirst du bald kenn ich auch. Dann sollten wir nicht bei 140 warten. Dann mal 160. Ich werde mich töten, Lee! Ja, dann bring sie doch um, du alte Schachtel! Bleib zurück! Geht nicht, Lee! Alter, jetzt brauchen wir ja wirklich drei Anläufe, um diesen scheiß Zombie reinzutreiben. Willst du mich verarschen? Nee! Ich werde es tun! Ich will dich nicht töten, Lee! Die ist wie die Fangstelle! Wie ist denn, du musst einen Kreis drücken? Muss ich doch noch mal schnell auf sie zugeben? Jawoll! Ich habe gesagt, geh nicht los, scheiße! Mach dich doch mal schnell auf sie! Oh mein Gott! Schöne Standbild! Ja! Das wird nicht passieren! Ach ja, die Schwerde, ich hatte nicht... Gut, der lebt noch! Alles gut! Der lebt noch! Alles gut! Der lebt noch! Zwei von drei haben wir ausgeschaltet! B-Fuck auf die Zahnkopf wie du willst. Ich muss dir... Okay! Was für etwas? Alles wir wollten, sei dieses verbreitenden Gasolens! Ich fahre an die Tanken und hol's dir. Jo, Mappenspacing! Da war ein Dreieck gefahrt. Ist mir aufgefallen, immer wenn der, wenn's grad spannend wird, dass der dann, äh, nachladen muss. Ja. Blöd, die Sache. Ja, ich bin dabei. Alter, dein Controller tut mir so leid. Alter! Ah! Lilly, helf! Komm, jetzt rück ab, du! Alter, will die mich eigentlich verarschen? Alter, das nehm ich der jetzt übel. Ja. Oh, gut, haben wir einen Vater getötet. Rechts, links, komm, hau drauf! In den Zaun mit ihm. Ah! 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 Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal so schön, wenn wir die andere Seite. Ah! Hast du genug? Ne, ich glaub, er hat genug. Ja, ich glaub er hat genug. Ist das alles, was du hast, Lee? Du bist nicht Scheiße! Es ist vorbei! F*** dich! Als schnellste Tag, dass Mama hier rauskommt! Du... F***! Sie sind beide tot. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Du darfst nicht weg von mir, Lee! Geh zurück hier und endet das, Lee! Häng dich doch in den Zaun. Nein, ich werde es nicht erledigen. Nein. Ich habe keinen Bock Clementine Lockner zu verängstigen. Hallo! Ah! Geh zurück hier und kämpf mich wie ein Mann, Lee! Ich bin dran, wenn du von mir willst. Lee! Ich bin dran, Lee! Ich bin dran, Lee! Wer geht denn jetzt der Hund, war Lee? Ja! Das ist natürlich jetzt rumgeraust! Wir sind dran! Wir sind dran, Lee! Ich bin dran, Lee! Ich bin dran! Krass, wir sehen, da kommt die Mutter aus dem Haus. Komm. Wir sollten jetzt wirklich gucken, dass wir Entscheidungen treffen, wo das Kind nicht so belachteiligt wird. Ja, gut, das konnte ich ja nicht wissen. Was hätte ich denn machen sollen? Dann kämpfst du ja nicht, aber auch okay. Oh, das war's. Hey, Lee. Hey, Lee. Sorry for leaving the murder in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. Don't worry about it. Come on. Were they really chopping up people for food? Yeah, and Clementine almost ate some. Man, that is sick. Clementine, she doesn't know, right? She didn't see her. I stopped her. This fucking world now. Titan Jones, unspeakable shit at every turn. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the police got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your full of your things back while Brenda wasn't looking. The camera? The camera? It doesn't work. Do you have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. Save lots cheaper. Let me check it out. See if I can get it working. Ah. The hell is is good, Doug. How are you doing? I'll be fine. I'll be fine. I'm as young as I used to be. Honey, go ahead and give me and Lee a second. That was the gun with the guy who shot the woman there. That's right. That's not right. No, you shot the woman. I didn't shot him. That was the woman. But that was not a air gun. For killing Lily's dead? Yeah. I would imagine so. What do you think? It'll be fine. Lily will get over it. She has to. You're a better leader for us anyway. Eh? You're damn right. Listen, that RV back at the Moner Inn is just about ready to roll. I want you to come with us. I mean it. Okay. Yeah. Come on, Clementine. Stay close. Lee. Did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Ah, siehste mal. Okay. Hey dad. What's that noise? What's that noise? It sounds like a car. Okay. It's a mobile. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich will immer noch. Wines nicht schießen. Wir wollen euch helfen. Wines nicht schießen. Wir wollen euch helfen. Oh, man muss schießen. Was ist naprawdę schön. Das ist ein schönes Auto. Ich finde generell so riesige 80er- polymerized amerikanische Kombis. finde ich irgendwie richtig geil. ist ja manchmal so teuer guter zustand um die zehn zwölf tausend euro guck dir mal an du hast mega mäßig platz diesen kann sehen geil aus so müssen bei einem guten schlucken ein bisschen was aber ich bin sowieso fan von amerikanischen autos was gesehen leer oh crap baby you got to see this it's a shitload of food and supplies back here this food could save all of us not all of us look you don't know if these people are dead if they come back then we're just monsters who came out of the woods and ruin their lives this stuff isn't ours du müsstest es nicht wirklich entscheiden ob wir das zeug nehmen oder nicht du kannst ja eine piste da lassen ja natürlich sage ich nein was wenn es nicht abandelt wird was wenn es jemand ist nehmt man nicht mehr bist du sicher ja warum nehmen wir das nicht mit wir nehmen das nicht mit weil das einfach klemmtein ist sowieso schon irgendwie ein bisschen frisst auf uns also ich wäre dafür wenn es mit soll mal schere stein papier nehmen machen ob das jetzt mit dem ich sag nein ok schere stein papier schere stein papier schere stein papier alter wir sind verarschen wir nehmen es nicht mit alter wir nehmen es nicht mit wir haben es gerade entschieden gut steine verantwortung we shouldn't take this what you get some meal back there the rest of us missed out on we have to take this also ich sage da geht einer bei drauf du entscheidest ab sofort clementine and i don't want any part of this we're starving suit yourself the rest of us are taking this stuff ok 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 was haben wir hier schau es gibt die meisten in dieser Box sie haben Antibiotika was anderes können wir haben irgendwelche Elektroniken Radios, Batterien hier aber ich bin bei meiner entscheidung bleibe wir hätten was nehmen sollen ja ich habe es ja lee, da ist ein hoody in hier könnte wahrscheinlich clementine fit fit sie ist gut sie ist gut, danke egal, Mann es wird irgendwann kalt werden hier, clem willst du ein paar Batterien? wie sind denn das solcher doch? hey lee weißt du das camcorder? ich habe es gearbeitet du möchtest es sehen du möchtest es sehen ich muss mal den Pets auf ja alter jahre 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 Bart, Linda, all y'all fucking sickos from the save lots, they call y'all bandits, but you're fucking raping muts! Oh, darling, baby, look at you. Look at you. You need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Okay. What is your hat? I don't know. Can you help me find it? So cool. So cool. I had it a couple of days ago. I promise. You all think you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you need a promise. Biffchen. Yeah. A-M-Licht-Aus-and-Fertig. Ah, I would say, durch die Episode haben wir es auch gut jetzt, äh, durchgearbeitet. Ja. Und vor allem das an einem Stück, ey. Oh, ja, die Aussicht, was es beim nächsten Mal gibt. Macon ist fertig, pal. Ain't nothing left. Ah, Macon. We gotta get the hell out of here. Alter, ich hab jetzt so mal. Wir müssen uns bestimmt nur Pizza reinschieben. Ja. Hast du gesagt, zwei Stück Sanda da? Ich hab' dir gesagt, diese Stadt ist tappt. Unsere. Ich hab' ja nicht gesagt, dass ich perfekt bin. Ich hab' aber auch nicht gesagt, äh, also ich bleib' dabei. Oder ich hätte das mitgenommen. Auch wenn ich das Ergebnis hätte so gesehen. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Wer ist diese fernte Frau? Ich bin derjenige, wenn sie Angst haben. Keine Ahnung. Das ist ja so. Das ist ja so. Marc kannten wir ja vorher auch nicht so wirklich, ne? Aber ganz cool. Ja. Ja. Genau. Nicht ganz willentlich. Wir können das alles ausbauen, okay? Wir können das ausbauen. Ich werde dir sagen, was wir ausbauen müssen. Wir können das nicht ausbauen lassen. Wir können das nicht ausbauen lassen. Für alle anderen ausbauen. Auch neun. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das seht ihr beim nächsten Mal. Von... Ah, guck mal. Ne. Ach, guck mal. 31% der Spieler haben Larry getötet. Ah ja. 82% haben den Bruder umgebracht. Ne. Lebensmittel genommen. Ah ja, guck mal. Das ist irgendwie eine Folge der Extreme gewesen, ne? Also irgendwie schon, ja. Aber einen abgehackt hat quasi jeder dem... Ja, fast jeder, ne? Ja, dann machen wir weiter. Jo. Dann dürfte er ja als der Abspann kommen. Den werden wir diesmal nicht rausschneiden. Das war ein kleines Versehen. Ja gut, das war's dann für heute von unserer Seite. Mit Teil 2. Smashed doch einfach mal den kleinen grünen Button. Oder andersfarbigen Button, wenn sich YouTube mal wieder verändert hat. Ist nur noch Daumen hoch und runter. Und, ähm... Ja. Würde uns freuen, wenn ihr weiter zuguckt. Und jetzt... Auf jeden Fall. Erstmal essen wir uns eine Pizza. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020